Bahnsteig 2B bis E. Intercity 718 nach Salzburg-Hauptbahnhof fährt ein. Die erste Klasse befindet sich in Sektor E. Bitte beachten Sie, die ersten zwei Wagen sind abgespernt. Attention please. Intercity 718 to Salzburg-Hauptbahnhof is arriving at Platform 2 B2E. Die erste Klasse befindet sich in Sektor E. Die zweite Klasse befindet sich in Sektor E. Intercity 718. Untertitelung des ZDF, 2020